Hallo meine Lieben, Willkommen zu dieses kleine Video. Und zwar möchte ich mit euch den MasterCraft bei Digimon Story Sabustoot mal durchmachen. Ich habe den schon einmal geschafft, aber ich wollte den trotzdem mal für Videos machen, weil es ist schon sehr herausfordernd. Ich habe es gerade mal auf schwer probiert. Ich wollte es eigentlich auf schwer aufnehmen. Es ist nicht möglich. Man darf nicht angreifen. Nicht einmal angreifen. Und wird gewollt. Egal mit was Digimon. Aber wie gesagt, auch normal ist es trotzdem sehr schwer. Das Spiel kann ziemlich schwierig werden bei Menschen in Aufgaben und so. Nach der Story zum Beispiel auch. Und ja, ich habe jetzt auch vor, wie gesagt, ein paar Challenges und so oft zu Digimon. Keine Ahnung, irgendwelche Challenges, wie man halt, ob man mit einem bestimmten Digimon das Spiel durchspielen kann. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis ich das machen kann. Oder halt, ob man den Endboss one-shotten kann mit bestimmten Digimon. Oder halt, ob man den Endboss zum Beispiel auch nur mit einem bestimmten Digimon besiegen kann. Das habe ich vielleicht mal ein bisschen vor. Kann schwierig werden. Auch als auf dem Hard-Not wahrscheinlich auch. Aber ja. Und ja, weil das ein bisschen Digimon-Content auf meinen Kanal bringt. Pokémon-Legend Arceus. Hoffen wir mal, dass diese Woche ankommt, weil wir haben sie jetzt bei Otto bestellt. Ich habe immer noch das Problem mit Amazon, was ich ja euch erzählt habe im Video. Und hoffen wir mal, dass es diese Woche kommt. Dann kann ich dazu auch ein paar Videos machen. Zum Beispiel bei Guides oder einen Shiny handeln und so. Oder halt den Stream, den ich machen wollte. Ich werde dafür halt auch ein bisschen einen Shiny an Stream machen. Aber ja, hoffen wir mal, dass das Spiel die Woche ankommt, dass ich selber spielen kann. Bei jeder Vlogs außer ich. Und ja, dann wollen wir mal zu Digimon. Wie gesagt, ähm, ich spiele seit sehr viel Digimon. Digimon soll ja oft mit einer der Hauptprojekte auf meinem Kanal werden. So, Pokémon und Dead by Dead. Dead by Dead spiele ich halt sehr wenig, aber da wird noch ein Video zur Kündigung kommen. Und sonst, wie gesagt, Pokémon, ja, Pokémon Night ist halt für mich sehr langweilig. Also ich spiele es halt sehr wenig. Gar nichts irgendwie. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, ich komme an den Arceus. Aber so lange mache ich wieder noch ein bisschen Digimon Videos. Weil ich finde, Digimon hat ein bisschen mein Lieber verdient. Es ist halt leider das Problem. Die meisten Spiele kommen nur in Japan raus. Nicht in Europa und alles Mögliche. Und deswegen ist das halt nicht so groß wie Pokémon. Und ja, weil es ist ein sehr cooles Franchise. Also ich liebe Digimon schon seit der Kindheit. Und ja, wollte mal ein bisschen was, da müssen ein bisschen Liebe reinmachen. Und ja, wollen wir mal beginnen. Ähm, das ist mein Team hier. Ich kann euch mal meine Digimon zeigen. Was ich ja noch schon fertig gemacht habe. Mein Armageddonmon. Ich habe auch versucht, hier ein bisschen so die Werte auch zu maximieren. Dann mein Lieblings Digimon. Plus so mein Sata-Mode. Fast sogar mit dem in der Complete Edition schon gebackt wurde. Weil es jetzt halt zwei Items mehr tragen kann. Plus halt, dass man halt noch ein bisschen mehr... ...eine Fähigkeiten gehören machen kann. Dann Levemon. Das ist ein sehr cooles Digimon. Ich finde es extrem cool. Apokalimon? Ja. Fucking Apokalimon ist in dem Spiel. Das allererste Mal, dass Apokalimon in einem Spiel spielbar ist. Also dass man es haben kann. Es ist geil. Es ist so cool. Es ist sogar ein defensives. Habe ich gemacht. Levemon. Stehen kommt noch ein Video irgendwann. Und ja, hier dieses Chaos-Dramon. Das ist eine neue Digitation von Maschinen-Dramon, falls jemand es kennt. Der ist cool. Und ja, und das Ding. Und dann haben wir einen Fünften-Mode. Und meine... Kannst du dir schon mal verraten? Wartet mal. Ja, und ja, meine hier ist noch zu. Ähm... Und zwar in dieser Reihenfolge. Wartet. Meine Top 3 Lieblings Digimon. Satz 1. Das Ding. Plus so mein Sata-Mode. Plätze 2 Apokalimon. Und Plätze 3 Skycallermon. Das ist meine Top 3. Alte Rehe, mein Team. Hehehe. Was soll ich noch fisch? Ich mag von Chaos... Ich will dich nach Eden. Na Eden. Eden. Warte Leute, wir beginnen gleich mit der Links. Wie gesagt, es ist halt ein Spaß-Video-Video. Ich höre jetzt auch keine Challenge oder irgendwas dahin. Ja, das wäre nicht schwer gewesen. Auch schwer. Aber schwer ist einfach... Nein. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Ich weiß nicht. Ich will doch ein anderes Ding mal mitnehmen anstelle von den Dings. Raromon. Ich finde das cool. Ich finde das... Ich finde das... Aufsehen wir gerade nicht unter dem Bild. Hm. Ja, ähm, ja. Genau. Ja, Raromon. Ja, Raromon. Ich finde das cool. Aber... Ich könnte vielleicht überlegen, ob ich Maschinenarmon mitnehmen will. Remember I want to go. Wenn das schlaft? Raromon ist cool. Knock it out. Aber es ist sehr schwer, wenn die Anartoernop esorgt, wenn die Dings somit webinieren würde. ein bisschen damage hat aber ich glaube so proben man wird irgendwann mein eigenes ich bin da ich muss noch kurz vorbereiten ich habe schnell was angepasst ich habe jetzt Chaos und ja das ist mein Team hoffe mal dass es klappt na komm meine 3 die Fingeste können wir schon mal speichern und dann wollen wir mal wenn ihr fragt warum ich gerade geschnitten habe ich wollte noch kurz ein paar Sachen gucken um den Angriff zu stärken aber da hätte ich jetzt mal irgendwo hinlaufen müssen da habe ich das doch nicht gemacht dann wollen wir mal ich glaube es ist nicht hart ich habe es gemacht ja okay weil hart ist nicht möglich ganz ehrlich dann gehts los mir ist alles wir haben hier sind nur überpaulten items das ist das große problem bei dem Modus Ich werde diesen einen gem einpassen. Komm mal runter. Ich werde ihn noch mal einpassen. So. Ich wollte ihn noch nicht verpusten, aber jetzt wirklich schon. So. Äh! Das ist ja nicht mehr. So. So. Ich glaube das ist nicht so gut. Ja, mach ruhig deine Verteilung runter! Das machst du gut. Mach ruhig deine Verteilung runter! Das machst du ganz fein! Ich verstehe ihn ja. Gut. Alter, ich hab's nicht mehr damit umgehoben. Alter! Bödes! Alter! Was ist das? Was ist jetzt schon so hoch? Den Dings, der Wunschotten, der... Komm, ja, bekomme ich mich nicht mehr zu dir. Nice. Oh. Es wird Spaß, auch auf dem Normalen. Das ist trotzdem sehr schwer. Ja, ich mache mich nicht mehr. Ja, ich mache mich nicht mehr. Ich kann es nicht. Da habe ich meinen Digimonaut aufzuholen. Da habe ich meinen Digimonaut. Ähm... Ja, eignet sich ein bisschen. Jetzt probieren wir, warum. Komm. Ich war nicht. Mein Loser, mein Sohn. Okay. Ja, ähm... Da werden wir heilen. Ja, ich werde die Heilung benutzen, natürlich. Das wird schlimm. Das kostet... Das kostet zu viel. Das kostet einfach zu viel. Dann nehme ich wieder eine Wiederbelegungskapsel. Dann stelle ich die 60 schon mal links davon. Oh ne, ihr will nicht wahrscheinlich... Wow, man kann ja immer wiederbelegen. Es ist trotzdem sehr schwer. Ja. Ich will das Leben. Okay, cool. Angriffsladung. Und er kann auch Ruhrmann anreißen. Das ist wirklich... 40.000. Okay. Ja, wow. Ich glaube, er wird nur noch nicht mit anderen. Der... Die ist schwer. Mit dir. Die ist so schwer. Oh. Also auf Haftmutter, da bin ich nicht weitergekommen. Was ist denn das hier? Guck dir das an. Au. Oh, Ruhrmann. Wir machen eine Angriffsladung. Um eine Geschwindigkeitsladung. Ich habe Ruhrmann, bitte. Ich habe Ruhrmann, bitte. Das ist mir jetzt noch nicht. Ruhrmann wird sterben, oder? Ja, genau. Es hat halt keine Spitzelverteilung. Also Intelligenz. Oh. Achso, die... Achso, das war ja ganz tot. Ähm, ja, ähm... Was hier? Jetzt geht's los. Guckt euch an, ja. An der Seite da, seht ihr, wie auf die anderen lösen. Die Reiche. Ja, das war heute ein Passwort. Bis dann nochmal. Du musst leben, du musst leben, oh guck mal man, du musst, oh nicht mehr das, nicht mehr Ja, ich hab dann aber das, ich hab dann aber das, komm Er war nicht gepostet, er war nur so schön, es ist nur Kuba-Mod, es ist so cool Ich fahre das Ding, ich, ich mag das Ding sogar mehr als die Mega-Digitation Ich finde, Kwenko-Wagaman ist cool, zum Aussehen her, ja, aber es passt die Zuko-Wagaman-Reihe Aber, oh, gell Ähm Ja, ähm, ähm, ja Mach ich Ich seh ihn, glaub ich, mal aus Der, auf, auf, auf der Seite kann ich ihn nicht mal besinnen, da steht was Ich liege mal, komm Au! Au! Was ist denn das? Oh, schon nach... Was ist schon 19 Uhr? Biss mich schon nach... ... Warte mal, wenn ich Ihnen sage, dass wir Ihnen gesehen haben. Hm? Sie sagen, was? Die hat mich nicht gesehen, aber... Ich bin jetzt da, meine Mutter hat gerade schon so... ... und abgesetzt. Äh... 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 Er macht nur nicht so eine starke Atacke, das ist gut. Kann ich jemanden doch in einem Spielschuh aufholen? Eigentlich hätte ich jetzt auch mal gedauern müssen. Kann ich müssen. Ich hole noch. Ich wollte schon jetzt nicht vergessen, aber ich kann jetzt nicht das machen. Habe ich auch... Nein, habe ich nicht. Ich glaube, der Angriff von... ähm... von Apokal... Apokalimer müsste reingehen. Und der Waffe nicht einen starken Angriff, das ist gut. Weiß ich nicht, aber auch Hurra und seine Töten. Hör auf zu sein! Hör auf zu sein! Hör auf zu sein! Nein, ich gehe mit dem Kubanon durch! Hör auf zu sein! Doppaki Bekommen Nachbar Entschuldigung Nein, doch! Oh no. No, 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 sieh, sieh, erinnst Zeh, um. Ja, das ist noch nicht möglich. Ähm. Niveau? 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Doch, ich hab hier einen dp! Da ist das gut! Ah, ich hab! Das war's, was ich hier bin? Halt die Schnauze. Ich freue mich jetzt nicht in der Spiel. Warum müssen die alle auf Intelligent sein? Also die muss... Ich würde sie ja angreifen, sagen wir mal so. Ich werde sie nicht mehr gewinnen. Ich werde sie nicht mehr gewinnen. Ich werde sie nicht mehr gewinnen. Es ist ein Apokalimon, Alter! Es stinkt! Nein, es stinkt! Ähm, ja, ich schick's mal vorhin raus. Hier brauch ich was anderes. Probier mal ihn. Ja, ähm, ihn sollte jetzt glaube ich nicht nur so viel machen. Das war so ein Rage-Mode, es wäre geil, immer reinzukriegen. Aber das Problem ist halt... Er tankt nix. Er tankt nix. ... Deine ... ... Nur auf, Kommir. Oh, da bin ich! Wo ist mein Geh in ihm? Wo ist mein Geh eigentlich? Wo ist mein Geh in ihm? Wo ist mein Geh in ihm? Dann geht's! Wir haben natürlich gewonnen, ich wollte das mal hier. Wieso denn? Ja, die war schon nicht gut. Ja. Wow, geil. Nochmal langgreifen, komm. Wow, einer, der nicht einmal one-schuttet. Ich mach doch kein Damage mit dem. Ich mach doch. Ich mach doch. Ich mach doch. ... Musik. Ich meine, jetzt ist die Bildschwehe. Alter, wie lange im Lauf? Das ist normal! Ich werde die Bildschwehe mit den anderen... Ich werde die Bildschwehe auf dem... Danke, cool! Hat sich der voll gelohnt! Leute, und dann auch schwer! Das muss ich euch mal forschen, wenn man das mal auf schwer spielt. Wer ist One-Shot? Natürlich. Sie greift natürlich in den Skype, wenn man das... Weißt du? Ich werde die Bildschwehe. Wir haben kein Dammit. Der kann doch nichts machen, Ginky! Oh, Balfurmon! Und Balfurmon wird zu Insign One-Shotlet! Au! Oh, ja, ich habe den Apokadimum... Apokadimum... Am ich von Ihnen zuerst... Ach, jetzt wird Sie alle wiederum... Ah, Leute... Ich habe das Mankind... Munker. Fartner. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Hey, Gott! das ist ein starker Digimon, das muss man mal vorstellen, ich habe schon ein starker Digimon Omnimon Ja, ich mach das aber nicht Oh, das hat sie jetzt schon wieder beneid Oh, das ist füßig Wie gemacht Das ist... Das ist... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll Ich muss mein Geh nehmen Ascension! Geh mal jetzt ja Ich muss jetzt kurz in deinem Video Ah, toll Das sind doch bitte am lieb Ja, ja, ich muss aber keinen Mann heilen Alles geht nicht Also, ein ja, ein ja, ein schon ein Gnäle Geh wenn ich hinkomme Das ist dein Maun Wird von Schott Leute, was ist das? Man wird gewonnen, Schottet Man wird einfach gewonnen Ich hab alles an die Möse. Ich hab alles an die Möse. Ich hab alles an die Möse. Oh, ey. Wie? Levemon. Für was bist du gut? Ich hab alles an die Möse. 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 Und wisst ihr, was jetzt passiert? Ich hab alles an die Möse. Ich hab alles an die Möse. Ich hab alles an die Möse. Seh, mir geht es gut. Oh, wow. Noita. Ich bin echt nicht so, wie es das ist. Ich bin echt nicht so. Ich bin echt so. Ich bin echt so, dass du nicht so, dass du nicht so, dass du nicht so gut bist. Ich bin hier, weiteres Pokémon. Red nicht. Und da hat er dann eine Nervige. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Digrymon, du bist super. Hast du so gut gemacht. Ja, vielleicht weiß ich nicht, aber ich glaube, man muss wirklich mit Intelligenz ziehen. Nur den sehen wir. Ähm. Ne, ich gewonnen. Ich bin dabei. Nein. Nein. Warum? Klappt das nicht. Nicht der Eindruckssage. Nein. Nein, halt darauf. Nein, bitte nicht. Nein. Warte. Ich kann mich selber. Nehmen wir mal. Oh, Drohla. Nein. Leute, ich nehme. Guck mal, wie lange ich schon aufnehme. Äh. Warte, ich nehme. Echt, ich nehme. Nichts. Ah, ich nehme mir von Schlau und deinemot weg. Andai, das ist vor allem. In der Klau. Das ist schon hier. Und deinemot weg. Ja, ich gebe sie jetzt hier weiter. Oh, so viel! Nein, ich bin so viel! Ich muss mir auch noch nie gar kommen, man, Mensch, du hast ihn noch etwas zu tun! Oh, oh. Ja, oh. Oh mein Gott, das kann ich nicht Ich bin nicht gut, ich bin nicht gut Ehm, wer könnte, wer könnte, wer könnte, wer könnte was machen? Können wir gar nicht mehr rein. Los, Pension! Los! Wieso denkt er so viel? Wieso? Wieso? Wieso, Wieso? Wieso wieso das ist, ich bin doch klein. Oh, was das? Wieso? 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 Das ist ja noch ein paar Schwerchen. Der Mann! 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 Ich hab mir gesagt, ich hab nur so, was der f*** ist. Ich weiß ja nicht. Zum wahren Inbus. Nein. Zum Glück ist irgendjemandes Wort nicht so stark wie das normal irgendjemand, aber... Oh, okay. Ach, ich brauche zu viel. SP-Melee. SP-Spray, yeah! Ja. Ich brauche zu viel. Mama. Aua! Das... das ist jetzt. Das sehe ich mit der Förster, finde ich, irgendwie. Also da ist... Wenn man gegen sich selber spielt, ähm... Der Gegner fragt mit dem Mega-Gargumon viel schwerer. Und wie sagt dieses, ähm... was war das? Äh, äh, schwierig oder? Ah, ja, dieses Maß zum Mund, das ist schwer. Wie soll man das auf hart schlagen? Ich werde... ich muss mal gucken, ob auf Stück... Irgendwann ist jemand, wo jemand das auf schwer macht. Das ist nicht unmöglich. Ja, wir machen... Auf geht's nicht. Ich werde... Auf geht's nicht. Und ich werde auf irgendeine Stats... Die Stats und werden die Stats sind in ihrer Umickel. Das ist nicht, ich werde... ...aber ich mal DAS im Saal... Ein... Er... Der ist ja! Ähm... Ist das eine Fähigkeit? Hier ist ein Spiel, bloß das ist nur für einen Kampf. Aber man kann ja nicht seine eigenen Demons angreifen. Jo, äh, heute ist ein Problem. Fuck. Ich halte mal. Oh nein! Nein, er füttert sich! Oh, das ist ein Wettung, das ist ein Wettung! Aua! Aber Gettemann wäre perfekt! Aber ich weiß nicht, wie ich einsetze. Ist er Charakter? Ja, ich sehe ihn. Oh, das ist ein Wettung. Oh, das ist ein Wettung. Ich sehe ihn nicht. Oh, das ist ein Wettung. das macht nichts. Ich bin leider auf Insidienz. Ja! So! Man kann keinen Texturschlag einsetzen, oder? Ich habe keinen Tisch! Ich habe keinen Tisch! Ich möchte ihn nicht selber stärken. Oh nein! Gut, okay. Ich bin ja auf alle Insidienz. Das nächste wird nämlich mal los. Er ist einfach so krank im Kopf. Oh Leute, ich... Ja, ich brauche... Ich brauche ein anderes Team. Ja, das... Das ist mein Liebkens Team. Mein Liebkens Team. Alter! Ja! Okay, du, du, du! Super. Ey, mein... Meine Vokalien von der Stämme! Und wo ist alle wieder? Ich kann nicht denken. Alter, der wurde sogar zu unschuldig. Ne, der war noch am Leben, oder? Alles hier? Keine Ahnung. Oh! Ich glaube, ich hätte das nicht... Der hätte sich nicht klingeln dürfen. Man hätte das auch... Oh nein! Oh nein! Ich auch immer die andere Seite! Ich werde natürlich... Ich habe noch einen Haufen. 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 So werde ich eigentlich nicht gesetzt, wo ich eigentlich... Oh, dann schreien. Du bist kacke. Du bist einfach kacke. Ich bin so froh sein, dass dieses Galantmanus zu stark ist, wie das andere... äh, Galantmanus auch immer. Ich brauch das! Nein, der kommt jetzt so spät dran. Nein! Au! Kannst ruhig machen. Kannst ruhig auch machen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Ich hab's geschafft. Nach 40 Minuten! Oh! Oh! Ich mach mal Kitchen-Gate. 28.000, das ist ganz so viel. Wenn wir dann einfach noch Avokalium und so noch ein paar, ähm, Dings-Items geben müssen, eigentlich. Hier, ähm, für Geld. Leute, das ist schwer. Und die Sass-Stelle, das ist doch normal. Man kriegt den Preis jedes Mal! Das ist super. 50 Freundschaft D. Das ist top. Oh! 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 Ich hab' noch den da, den ich jetzt noch machen muss. Der Ex-Stelle zum Beispiel. Na, Mastermon, okay. Oh, Leute! Alter! Das Spiel! Das Spiel! Also, wie gesagt. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich weiß. Vielleicht habt ihr aber Tipps. Die man vielleicht geben könnte für meine Digimon. Vielleicht muss man die auch irgendwie anders. Die Werte machen. Dass man die vielleicht anders defensiv spielt. Weil, ich meine. Hat man jetzt den Apokalimon. Hat getankt. Aber die andere nicht. Und Okuwamon. Bombe. Bombe. Wenn Okuwamon ist einfach Bombe. Ich mag Okuwamon einfach so sehr. Ich würd mir vielleicht noch einen Prankowagawa machen. Aber ich liebe Okuwamon. Das ist so cool. Ah, herrlich. Vielleicht ist es so beschwungen. Es ist mir vielleicht irgendwann meine Verständnis. Das ist ein cooles Ding. Aber, ja nun. Ich bin jetzt erstmal fertig. Mit dem Video. Nach 40 Minuten. 50 Minuten! Ich würde eigentlich nur eine Kapseln. Ja. Ich kann auch mal sehen wie lange es dauert. Und ja. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt mit dem Video. Falls ihr noch dran seid. Und. Oder falls ihr auch jemand überhaupt das schaut. Weil. Ich weiß nicht. Ob die Digimon-Stories-Hawas noch interessant ist. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Aui!